Musik So friendos, was geht's? Geil, herz am Start von der kurzen nächsten Folge FIFA Mobile hier auf meinem Kanal. Ha, Leute, heute gibt es auf jeden Fall, wie gesagt, wieder Packs. Ich hab's ja auch gestern gesagt im, ähm, Bundesliga-Wut, dass es auf jeden Fall wieder Packs gibt im TOTS-Kapitel, Leute. Ähm, genau, das TOTS kam ja auf jeden Fall raus am Freitag. Und, ja, es ist einfach wild. Es ist einfach wild, dass Community-TOTS ist draußen. Und, ja, bevor wir die Packs öffnen, die nächsten Packs, ich hab ja auch am Freitag schon mal ein paar Packs geöffnet, würde ich sagen, ähm, Freitag des Tages. Und die kommt heute von dem Finn Kosmann-Friendos. Er hat geschrieben, denkst du, dass die Bayern die Meisterschaft noch vergeigen oder holen sie, ähm, zum neunten Mal hintereinander? Also ich muss sagen, ähm, ja, sie sind eigentlich schon fast Meister. Wenn die jetzt gewinnen gegen Gladbach, dann war's das. Sie müssen jetzt auf jeden Fall in den letzten Spielen einmal mindestens gewinnen. Und, ja, die müssen auch hoffen, dass RB verliert. Also von daher, es ist wirklich sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Bayern dieses Jahr wieder den Titel holen, den Bundesliga-Titel. Genau, gut. Ich würde sagen, wir gehen ins Totslity-Totslity-Tots, ins Community-Tots, und können noch mal ein paar Packs öffnen. Vor allem Login-Bonus, ne? Also ich finde die Neuerung, ähm, mit dem Login-Bonus mega, ne? Ich finde das einfach nur mega. Ähm, ich kann noch mal schnell oder fix hier ein Skillspiel spielen, und dann, ähm, gibt's auf jeden Fall auch noch ein Pack im Kapitel, ähm, in Community-Tots. Gibt's auch noch ein Pack hier. So, zack, rein da mit Thomas Müller. Ha! Thomas Müller! Lä, 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 lä. So, weiter. Gut, haben wir auf jeden Fall jetzt hier die schönen Community-Punkte. So, ich würde sagen, wir machen als allererstes, ähm, Login-Bonus. Ähm, ich kann heute auf jeden Fall vier Packs ziehen, ne? Community-Tots, auf jeden Fall hier das eine Pack hier, das hier. Dann gibt's auf jeden Fall noch, ähm, äh, was gibt's noch? Wo gibt's? Ah ja, stimmt, bei dem hier Dings. Bei, ähm, wird's Angriff-Tots. Gibt's auch noch ein Pack hier. Nämlich hier. Bats, Junge. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ha! Nämlich das hier. Das gibt's auch noch, ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen an mit dem, ähm, Login-Bonus, Leute. Mit dem Login-Bonus, ähm, und noch, stimmt, ein Reservespieler-Pack gibt's auch noch. Weil ich mir auf jeden Fall noch die extra Tickets mehr abholen will, ne? Die 500, ähm, Tots-Tickets. Habt dann auf jeden Fall 1200 Tots-Tickets am Start, Leute. Wie geil ist das denn? Genau. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Login-Bonus. Und wie gesagt, ne, äh, die Chance steht auf einen Torti-Spieler, ne? Auf einen 93er-Torti-Spieler. Ähm, ja, ich würde sagen, wir öffnen dieses Pack. Und da ist es, äh, eine Witzkast, gibt's heute fünf Packs, zwei Login-Bonus, zweimal dann die 85er-Plus-Spieler-Packs und ein, ähm, Pack. Ein Reservespieler-Pack. So, ich würde sagen, wir öffnen dieses Pack und wir ziehen einen, wir ziehen Skill-Boost. Okay, naja, egal. Ähm, das sind ja hier, wie viele Skill-Boost kann man jetzt sehen? Das sind, ähm, das sind 100 Skill-Boost. Ähm, man kann ja, wie gesagt, hier ein Totti-Start-Spieler, Münzen-Skill-Boost-XP, Totti-Nominierter. Ähm, sowie auch Tier of the Week, oh, der halt Elite-Spieler ziehen. Genau. Ich würde sagen, wir kommen direkt ins zweiten Pack, Leute. Und wenn wir jetzt hier einen Totti-Spieler ziehen, ne, dann rasse ich aus. Und vor allem, man kann ja, real theoretisch, eigentlich auch einen Lewandowski ziehen, ne? Oder einen MVP oder Ronaldo. Ha, hi, du Witzkast. Leute, ich würde sagen, wir öffnen dieses Pack gemeinsam. Gemeinsam, Leute. Und wir ziehen einen... ...285er-Mundi, T-of-the-Week. Nice, der Hase. Ha, wir hatten ja auch einen Team-of-the-Week-Spieler gezogen am Freitag. Das war ja hier ein 84er. Nein, sehr Hase. So, Leute, ich würde sagen, wir kommen, ähm, danach, oder jetzt, zu den, ähm, jetzt-Service-Spieler-Packs, Leute. Nämlich eins gibt's heute, ein Pack gibt's heute. Und kann auch gleichzeitig dann hier auch die Totti-Tickets mir abrufen oder abholen. Und wie gesagt, die Chance lebt auf einen Zielinski-98er oder halt Mokiele. Mokiele wäre auch absolut geil, ne? Ha, 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 oder hier Yilmaz. Wäre auch absolut geil, 94er-Plus-Spieler. Ja, ich würde sagen, wir fangen einmal in den Pack. Und am Freitag könnt ihr auch gucken, wie, ähm, was ich da gezogen hatte, ne? Am Freitag könnt ihr gerne nachschauen. Ha, ha, und Leute, ne? Wollt ich auch noch sagen, äh, bei 4000 Abonnenten wird das nächste Gewinnspiel kommen. Es hat ja letztens einer geschrieben in den Kommentaren, gestern oder vorgestern, dass, ähm, oder beziehungsweise Skypes, wann machst du das nächste Giveaway? Habe ich geschrieben, bei 4000 Abonnenten. Leute, es fehlen noch irgendwas mit 330, über 330. Und Leute, wenn ihr fix seid, gibt's auch fix das Giveaway, ne? Also seid auf jeden Fall gespannt, friendos. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Pack, Leute. Und wir ziehen, ey, wenn die Skibos drin sind, ne? Oh nein, bitte, wir ziehen, ja, eine 90er, Remiro, jawoll. Ha, 90er plus am Start, wie geil es das sind, Leute. Alex, Remiro, nice. Ging auf jeden Fall deutlich schlechter. Ich hätte ja auch hier 89er, hier, ähm, Eduard gezogen. Oder hätte ja ihn ziehen können oder halt Skillboost, ne? Von daher bin ich eigentlich recht zufrieden. So, ich hole mir auf jeden Fall mal hier die schönen Tots-Tickets ab, Leute. Ich hole mir die Tots-Tickets ab. Und, ja, ich würde sagen, wir gehen als nächstes in Community rein, ne? In Community. Und öffnen jetzt hier das geile EFL-Reserve-Spieler-Pack, Leute. Und die Chance lebt auf einen 93er-Tournail, Leute. 93er-Tournail. Von Brentford. EFL-Championship. Hi, Devilska, Frendos, ne? Hi, Devilska. Zwei Packs sind auch am Start hier, Leute. Und mit meinem Glück, wetten, ich ziehe ihn hier. 85er-Molin. Wetten, Leute, wetten. Ja, oder hier, ihn hier. Wetten, ich ziehe ihn hier. Jay von Exister City. Aus der zweiten Premier League. Also, zweite Bundesliga Premier League, quasi. Leute, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Pack. Da ist es, Leute. Und es gibt ja, Gott sei Dank, eine geile Pack-Animation, Leute. Community Tots Startspieler, beziehungsweise Tots-Spieler, ist am Start, Leute. Ganz ruhig, ne? Ich würde sagen, wir würfeln. Wir würfeln wieder. Ich würde sagen, alles, was über 8 ist, ist Glück. Über 8 ist Glück. Und wir ziehen oder würfeln eine 8. Wir würfeln genau eine 8. Also, die Würfel sagen, dass wir jetzt hier Glück haben. Und mit Glück meine ich, alles, was über 90 ist. Also, 90 plus, ne? Bringt Glück. So, ich würde sagen, friend, los, wir fangen an mit dem Pack. Und wir ziehen einen 87er Grunt, 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 keine Ahnung, aus Lincoln City, bestimmt aus der zweiten Premier League. Ja, gut. Ja. Grunt, der Engländer. So, ich würde sagen, wir kommen direkt zum letzten Pack für heute. Und morgen auf jeden Fall gibt es auch nochmal ein schönes, knackiges, geiles, ähm, Community Tots-Video, würd ich sagen. Genau. So, Reserve-Spieler. Das war ja hier bei Hauptmenü, ne? Haupt, Haupt, Haupt. Nämlich hier. Ähm, hier gibt es das letzte Pack. Und kann ich euch nochmal zeigen, ihr Freund, los. Ich habe auf jeden Fall jetzt hier, ähm, 1530 Punkte am Start hier. Ich brauche jetzt noch 470 bis zu den nächsten Tots-Tickets. Ich habe jetzt hier 1200 Tots-Tickets am Start. Und wenn ich hier die 2000 Tickets habe, werde ich die auf jeden Fall einlösen bei Bundesliga-Tots, ne? Weil ich glaube, der bekommt halt bei 2000 Tickets, ich glaube, irgendwas für 2000, 3000, äh, Bundesliga-Punkte. Von daher ist es auf jeden Fall wirklich sehr, sehr geil, diese Tots-Tickets. Und, ja, auf jeden Fall hier bin ich in den besten 40%. Ich war gestern auch sogar in den besten 10%. Aber, das geht ja jetzt noch bis morgen Abend. So, ich würde sagen, wir fangen an mit dem letzten Pack, Leute. Und die Chance besteht auf einen, ähm, Cruel. Ein Cruel oder halt Tonei, ne? 93er Tonei wäre absolut geil. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Pack und die Zeit sagt hier 8 Minuten, Leute. Ja. Ähm, und wir ziehen, oh, das Pack, es gibt, es gibt tatsächlich neue Pack-Animationen. Wie geil ist das denn? Und, Leute, wenn ich es schaffe, gibt es morgen auch nochmal ein Pack, ne? Ähm, ein 90er Plus-Spieler-Pack. Habe ich vor mit euch, auf jeden Fall friendos. Ha, so, ich würde sagen, wir öffnen dieses Pack. Und wir ziehen einen, einen! 85er Jay, wir ziehen den Schlechtesten. Alter! EA! Ich glaube, EA liebt mich. EA liebt mich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wisst ihr warum? Weil er das der Schlechteste war. Leute, es gibt hier 5, 10, 15, 20, 22 Spieler, Spieler. Und ich habe von den 22 Spielern den Schlechtesten gezogen. Das ist ja auch mal ein bisschen Glück, ne? Oder? Kann man das so sagen? Keine Ahnung, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Alter, frische. Ähm, morgen jetzt, wie gesagt, nochmal ein geiles, ähm, Community-Tots-Video-Video-Videuchen. Ja, da würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Alter, frische. Möge die Macht mit euch sein. Skywalker! $40,000 Kasper! We must merely make this strive Savannah I'm coming home Savannah We'll never be alone Savannah The beauty of the world Savannah Let's not take a... Untertitelung. BR 2018